Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder einmal zum Pausenmenü von The Evil Within. Ja, es geht dann gleich wieder los, ne? Das Spiel ist heftig. Ah, ich werde das Kind schon schaukeln. Irgendwie werden wir das hinkriegen. Hoffe ich halt. So. Ah, ne Axt. Ne Axt, ne Axt, ne Axt, ne Axt, ne Axt. Ich hätte ihn verbrennen sollen. Habe ich jetzt ne Waffe? Ich hoffe. Passt. Mal nachladen. Halt sie von mir fern. Ja, ja. Mach mal alles. Mach mal alles. Kennen wir alles. Ich glaube, ich werde ne Granate nehmen. Äh, versuchen. Wow. Ähm. Äh, so. Ich glaube, das war knapp. Kapis, weg hier. Okay, ich schau mal nachladen. Teil werden da kontrolliert, ob die was hatten. Spritze, warte. Spritze, warte. Ähm, da jagen wir uns gleich mal eine rein. So. Dann so. Und dann versuchen wir weiter unser Glück. Ähm, vielleicht, na, ich glaube, für den Kältebolzen ist es noch zu früh. Au. Ah ja, du Sau. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Du hast Zeit zum Beschweren hast. Ja, hab ich. So. Ähm. Ich wollte Schrott. Geh Schrott. Lad. Irgendwie tut er nichts. Ich glaube, er hat nichts mehr zum Laden. Okay. Ich hoffe, dass die, ähm, ich weiß gerade nicht, was sie machen sollen. Ähm, ich hätte die Granate wählen sollen. Da sind wir leer. Ich hatte gehofft, dass ich ihn ver... Ja, das wird glaube ich nichts mehr. Ich muss da mit Granaten arbeiten anfangen, sonst wird das ein bisschen... Ich habe auch nicht kein Feuerzeug mehr, ne? Also kein Streichholz. Ja, ja, bringe ich um. Hm. Okay, das dauert alles ein bisschen jetzt. Tut mir schon mal sehr leid. Das dauert ziemlich lange jetzt bei mir, bis ich das hinkriege. Auf jeden Fall werde ich mit Granaten dann arbeiten müssen. Keine Frage. Die eine Granate hat, glaube ich, eh nicht so schlecht gesessen. Das kann man, glaube ich, so lassen. So. Ach so, ja. Stimmt. Dann haben wir mal zwei. So. Ach so, warte, da könnte ich auch gleich eine Granate rüberhauen, ne? Ja, ja, ist schon gut. Ähm, die da. Ähm, ich bin angeschlagen, das gefällt mir gar nicht. Ähm, ich spiele gerade wieder voll schlecht. Na! Aber da. Irgendwas hätte ich da nehmen können. Da haben wir was. Jetzt wäre noch eine Granate wichtig gewesen, glaube ich. Will man mit der Schroter weinen. Na. Den hättest du und verbrennen. Schieß! Du Idiot! Alter, renn. Ich glaube, das... Ich hoffe, das war ungefähr... In Ordnung. Boah, ist dort deppert. Lad, 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 lad. Er kann nichts laden. Aha, er ist leer. Super! In der Schrotte habe ich nichts mehr. Wie schön. Gut. Alles verballert. So gehört sie das. Oder? Ist ja doch voll. Aber es ist voll. Da habe ich mich besonst aufgeregt. Wieder einmal. Würdest du das nehmen? Ähm... Ich sorte. Ich sollte Boah, ich bin gerade voll gespannt Entschuldigung, ihr seid viel Quatschen, du Mist Ist abgeprallt, ne? Und wieder zurückgeschleudert worden Gehste Scheiße Ah ja, ich sag, ich brauch lang Äh, was machst du da? Jetzt brenne ich Ach, komm Kann man es nochmal laden? Ach, ich verrecke so und so, oder? Das war so nicht gewollt Ich wollte eigentlich hier Feuerzeug und so, ne? Nein, da schwebt Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten Noch einen Moment Halt sie von mir fern Es war nicht so wie geplant Der Fette ist leider nicht gestorben Verbrennen Obwohl ich eigentlich schon Ob ich was looten kann Da Ich glaub, das war's Das war's, glaub ich, wieder Lauf, lass mich durch Ja, schnell Egal Du musst Munition sparen Das kann man sicher alle Komplett ausrotten Kann ich mir vorstellen Das glaubt sicher Aber nicht in meiner Welt So Also, so Ich verrecke noch 30 Mal Was ist da voll? Alter, du Schwein Warum ist das voll? Aha, nix erwischt So Granatenteim Warum? Warum? Warum ist das voll? Zum Teufel Echt Du Echt Arsch Nein, das wollte ich nicht Nicht nervös werden Alles ist gut Alles ist gut Ganz bestimmt Halt Leer Da Nimm Ich übernehme die Falle Halt du sie auf Da sind doppelt so viele von denen Wenn du Zeit zum Beschweren hast Ähm Waffe? Alter Das mit der Granaten hat überhaupt nicht hingekaut Äh, überhaupt nicht hingekaut Ähm Bolzen wechseln Wo weiß ich denn, was jetzt Schnee Da, ne Das hat super hingekaut Was macht der Mensch? Der Mensch ist lästig Echt Der Kerl da ist Richtig lästig Was kannst du überhaupt? Nix Wo ist denn der Scheißkanister? Was war denn das? Alter Ich glaub ich träum Das war jetzt für nix Das heißt der der Exportiert gescheit Sebastian, los jetzt Wir können abhauen Wenn ich in der Wand stecken bleib Ich kann nichts Alter Ich glaub ich träum Bleib ich in dieser Gottverdammten Wand stecken Weil da so eine blöde Kuh steht Ich glaub ich spinne Facebarm Echt Das war eine extrem schlechte Runde Extrem schlecht Lass uns kurz ausruhen In dem Tempo halten wir das nicht durch Ich Ich denke wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden Was ist mit dem Turm da? Und da hätten wir eine gute Sicht Alles ist besser als hier zu bleiben Ich hör den Safe Raum Bah war das eine schlechte Runde oder? Was haben wir da? Jetzt wird er für eine Pufen Neuer Gegenstand Scharfschützengewehr Oh wie schön Dieses seltsam aussehende Gewehr Besitzt einen Kammerverschluss Und ein Zielfernrohr Es ist alt und abgenutzt Aber gut gepflegt Schön wie auch immer das gepflegt hat Freut mich Aha Spritzer Was die kann ich eh brauchen So einmal Alter Ich bin so schlecht Es ist zum Heulen Es ist zum Weinen Ich bin so schlecht Hätte ich echt nie gedacht Dass ich so schlecht bin Aha der Spiegel hier Kann ich noch vorher was sagen? Das könnte voll mit denen sein Ja Dann gehen wir mal zuerst zum Spiegelraum Ist das seiner Ernst? Ist da gerade Ist das seiner Ernst? Ich darf nicht in den Safe Raum Ich darf nicht speichern Vorsichtig Das könnte voll mit denen sein Ist das seiner Ernst? Ich darf nicht speichern 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 Die wollen mich verarschen Wo kommt der jetzt her? Ich glaube das ist gemeint Mit Scharfschützengewehr Ich darf nicht Alter! Alter, ich triff noch mal der Schlag. Echt. Ich triff nix. Boah. Was war das jetzt? Krüppel Elendika. Echt, noch mal draufhauen. Boah, ey. Na, normal musst du es schwerer laden. Echt. Nicht wegklettern. Boah, ey kein Speim. Ich werde dir verrecken. Es ist eh wurscht. Wow. Ich werde dir jetzt hinterher kleines. ich traue mich gar nicht mal das zusammen zu schlagen ich habe Angst, dass sie kommen ach, da kommt scheiner Mann, ey komm, ich stich ihn ab jawohl so ist gut so ist gut hat er was? na war eh klar aha ich hoffe, er dreht sich gleich um zwei sind's ach, scheiße hm ähm ob diese Blendbolzen mir was helfen? ich glaube nicht, oder? ich glaube nicht, oder? okay, das klappt nicht okay, das klappt nicht warum sollte man die dann bitte was ist da mit mir? ja, so geht's auch wieso lasst mir da eigentlich einen Partner was machen? weite, jetzt ist er voll auch gesaut cool wieso muss ich die eigentlich verbrennen? müsste ich die verbrennen? normal nicht, oder? wenn sie hin sind der vergammelte ist so, oder? man, der hat auch wieder nix das ist nervig das ist echt nervig da oben sind wieder zwei ich glaube, ich sollte mit dem Scharfschützengewehr arbeiten okay ähm was haben wir denn hier? ein Scharfschützengewehre so müssen wir uns nur gut positionieren dann ach, das geht gut nein ja sehr gut nach Land haben wir noch nix hier wäre es schon gut ähm ich bin total Entschuldigung wir haben keine Granaten mehr das ist ein bisschen schlecht ähm 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 Qualenbolzen das war der, was explodieren kann, ne? hoff ich nervöser Daumen nervöser Daumen ach komm das kann nicht wahr sein boah ich hasse diese Typen echt ich hab da nix mehr hey mir fehlt mein Brustkorb ähm oh man ey na gut da muss ich mir Zeit lassen es gibt nix mehr zum Speichern ich glaub ich spinn das ist so gemein ah jetzt auf einmal geht's ok jetzt geht's auf einmal genau ist der nicht vorher kaputt gegangen? ich glaub ich träum ich glaub ich träum na gut Kartenfragmente hab ich auch keins mehr gefunden bin ich wahrscheinlich bei tausenden vorbeigelaufen achso da kann ich wieder raus na das will ich noch nicht ähm ja da können wir eigentlich warte geht nix na gut ähm ich wollte eigentlich speichern und mal äh aufhören hier ähm ja im Kopf hier scheint wieder alles ok zu sein ich glaub ich schau mal können wir schon wieder was lernen? ich glaub nicht oder? dafür haben wir ja 200 das ist gar nix wenigstens speichern können wir das ist mir jetzt mal wichtig so damit wir auch mal den Part hier beenden können äh oh heiliges Kanonenrohr na ok puh das war jetzt nötig na gut ähm im nächsten Part werden wir das Ganze etwas gemütlicher angehen ich werde versuchen so viele Gegner es geht äh einfach per Rückenangriff also hinten halt ne sie umzubringen also sprich so wenig Munition wie möglich zu verschwenden und ähm kann ja nur besser werden na gut ihr Lieben das war's dann wieder für heute ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Abend je nachdem wie ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi